Wollen wir? Aufi! Chemischer Alarm DDR! Jawoll! Wollen wir? Aufi! 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 Wollen wir? Wollen wir? Wollen wir? Wollen wir? Wir haben hier noch einen Kreis. Hier können wir den E2 nehmen und machen. Wir gehen zum Motorgeschwind. 1.15. 2.15. Das finde ich wie so voll. Das ist mehr noch verpassen. Das ist 3 Sekunden neu. Dann laufe ich nicht, dass wir noch ein bisschen. Es ist ein wenig, das wir am Ende haben. 3.15. 3.15. 1.15. 2.15. 3.15. 5.16. 6.15. 6.15. Das wollte ich noch mal?, die sind nur eine Art Schicht. Ich habe deine Sohnøpe. Da schreie ich mich noch mal an, dass du da. Ich bin wegen der Sohnisseher. Ich habe eine Sohnische, die wir hierher riten. Ich bin seit meiner Sohnischen. Du bist der Sohn aus einem Namen, der ihr hierhert. Töne ich zusammen? Das ist nicht ein Aufbau! Aber ich habe meinen Sohnischen und den Angriff der Sohnischen. Das ist ja fünfmal zwölf, so große Brunnen. Das wär doch mal ein. Ich bin in der Karrierebrunnen. Kann ich noch mal laufen lassen? Ich schwebe. Das muss er auslaufen. Das ist ein Strahl. Nein, nein, nein. Wie ist das? Ja, ja. Das ist Spaß. Ich bin in der Karrierebrunnen. Genau. Kein 2,4, 1,8. Das ist ein alter Schmerz. Kollater. Warum einfach unsere Konjunktur? Das ist komisch, aber nicht.